Wer war der Held deiner Kindheit? Held meiner Kindheit? Bob der Baumeister. Ähm... Ehrlich jetzt? Ja, Mann. Echt Ketchup. Ich hatte keinen Hero, aber mein Idol war Zlatan Ibrahimovic. Ronaldo 9. Vom Fußball bin ich ja Ronaldinho, aber sonst. Ronaldinho. Ronaldinho sieht an vom Fußball her. Thierry Henry. Aber generell, ich weiß nicht genau. Superman oder sowas. Spiderman. Spiderman eher. Mr Bean. Ehrlich. Ich hab Mr Bean geliebt, der war der Größte bei mir. Warum Mr Bean? Ich hab ihn geliebt. Ich hab ihn geliebt. Captain Zubasa. Mein Vater würde ich sagen. Der konnte super schießen, der konnte ein Flatterball schießen. Kannst du dir mal bitte vormachen, nimm das nächste Mal. Hab ich dann am Wochenende... Ganz bestimmt, das Tor war der Tor. Ja, also was willst du noch, aber das war der Zubasa. Nee, muss mal gucken, Captain Zubasa.